Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl, so ein Befehl! Oh, meinst du das also, Decker? Der Bied der Angriff Steiner ist für Jürgen! Jeder Angriff Steiner ist für Jürgen, sondern die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haus und nie das verreistige Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Die Stadt Feindlinge! Verreiter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungefährlich! Die Generalität ist verkehrt, was des deutschen Volkes ist! Sie schroren Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lassen, wenn man besser ein Gabel hält! Ja, aber nicht lange, dass das Militärme der Aktionen nur behiget hat! Es hat mich jeden Morgen, wenn ich... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Es hat der Grund daran getan! Kommt gerne, wenn alle ihre Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war lieber von der Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Wissensfeld, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an, wenn sie zu verraten und betragen waren! Es wurde ein ungeheuerer Verrater in der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Und die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Ich bin da. Ich bin so schwierig.